Mein Name ist Paul Noah Keim, ich bin 16 Jahre alt, spiele im Tor bei der SGV Freiberg. Meine bisherigen Vereine sind die SG Weilimdorf, TSV Korntal, FSV Weiblingen, SV Feingen, MTV Stuttgart und die SGV Freiberg. Das Ziel mit der Mannschaft ist natürlich die Liga zu halten und meine persönlichen Ziele sich immer weiter zu entwickeln.